Ja, Hyperlinks funktionieren im LibreOffice Writer genauso wie Microsoft Office auch. Und zwar, wenn man hier jetzt einfach schreibt www.google.de, Leerzeichen und das Ganze wird unterstrichen. Es wird ein bisschen blau und ich bekomme dann die Meldung STRG-Klick plus Klick und dann kommt man auf den Link und wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte, dann wird mein Mauszeiger zur Hand und wenn ich hier entsprechend draufklicke, dann lande ich im Browser auch bei Google. Das Ganze funktioniert natürlich auch so, wenn ich diese Internetadresse nicht haben möchte, kann ich auch ein Wort hernehmen und sagen, einfügen, Hyperlink. Hier habe ich dann verschiedene Möglichkeiten. Ich wähle mal das Internet aus hier und das Sprungziel ist natürlich www.google.de und dann sage ich OK. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, Steuerungstaste gedrückt halte, dann komme ich ebenfalls wieder auf Google. So, man kann jetzt aber auch diese Hyperlinks intern vergeben. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte hier zum Kapitel 1. Dann könnte ich also das hier entsprechend markieren. Ich kann hier dann sagen, einfügen, Hyperlink und dann sage ich Dokument. Und dann haben wir ein entsprechendes Sprungziel im Dokument und zwar, wir haben hier die Überschriften. Kapitel 1, dann sage ich hier übernehmen. Hier steht dann auch Kapitel 1, OK. Und wenn ich dann hier draufklicke, Steuerungstaste wieder gedrückt halte, dann lande ich auch hier beim Kapitel 1. So, das Ganze funktioniert aber nicht nur mit Kapiteln. Man kann hier zum Beispiel auch Objekte ansteuern, hier im Beispiel dieses Bild hier. Also gehe ich hierher, sage wieder einfügen, Hyperlink im Dokument. Jetzt brauche ich wieder ein Sprungziel. Und ich habe hier bei Bilder habe ich ein Plus und da ist auch tatsächlich mein Bild. Es ist nur das eine im Dokument drin. Hier sage ich übernehmen. Und jetzt müssen wir schauen, also ich habe jetzt hier das Sprungziel, die URL auch. Und das sieht ein bisschen doof aus hier. Hashtag 1.kapitel1-Outline. Darum habe ich hier noch ein Feld. Da schreibe ich einfach Bild 1 rein. Und dann habe ich hier Bild 1. Und wenn ich hier die Steuerungstaste gedrückt halte, dann komme ich auch zu dem entsprechenden Bild hier. endsch promotoren. geht es weiter. alles wir